So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Ich muss nämlich noch was nachholen. Eigentlich wollte ich gestern das direkt raushauen, weil es gestern ja bekannt wurde. Aber irgendwie kam gestern noch so viel, der C-Day auch alles dabei. Dann Pokémon hier leuchtende Perle, da haben wir da angefangen. Ich hau einfach beides heute raus und dann kriegt es wieder keiner mit. Und einen Tag bevor das Event dann ist, weiß wieder keiner was davon. Aber da kann man es ja nochmal teilen. Man muss ja nicht zweimal dasselbe Video machen, wie der Spiele-Trend immer. Grüße geht raus. Man kann ja auch einfach dann das vielleicht nochmal teilen. Eine Kollaboration mit Ed Shiran. Das ist für mich jetzt schon ein Zungenbrecher und alles andere gleichzeitig. Ich habe die ganze Zeit auch gar nicht Shiran gesagt, sondern Shirin. Shirin, 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 Davis, Shirin, Davis, wer kennt das, diese Kombination aus Mann und Frau, gibt es ja auch öfters. Da habe ich gar nicht auf dem Schirm, als ich diesen Dirty getestet habe und alle so, ah, der ist von Shirin Davis oder Davids oder der Witz. Ich habe noch nie ein Lied von der gehört, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe immer gedacht, das ist eine Pornodarstellerin und sonst wie, haben alle gesagt, ja, ja, so ähnlich. Dann ist es einfach nur eine Sängerin. Ja, und jetzt habt ihr hier Ed Shiran. Ich kenne kein einziges Lied von Ed Shiran, verzeiht mir bitte. Wenn ihr Ed Shiran-Fans seid, schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr Shirin-David-Fans, Davis, wie auch immer, schreibt es mal in die Kommentare. Oder steht ihr eher auf Ed Shirin Davis, ja, die Kombination aus beiden. Jetzt würdest du also ein Event geben, eine Kollaboration. Ist an sich, würde ich jetzt sagen, nicht so krass, nicht so besonders. Aber viele werden sich sicherlich freuen, weil man das Shiggy mit der Sonnenbrille wiederbekommen kann. Auch in Shiny, was es damals ja nur am Shiggy Sea Day gab. Und der Shiggy Sea Day ist so lange her. Das war schließlich ein Starter der ersten Generation. Das war einer der ersten Sea Days mit. Damals konnte man Shiggy mit Sonnenbrille bekommen, auch in Shiny. Danach nicht mehr, viele haben das gar nicht. Freuen sich jetzt bestimmt, dass sie das kriegen. Und drehen dann wieder komplett durch, ja. Steht hier alles dabei. Wann das überhaupt startet und was da los ist. Am Montag, den 22. November. Okay. Das heißt, es ist, ne, schon diesen Montag, der jetzt kommt, geht das Ganze also schon los. Montag, 22. November um 20 Uhr bis Dienstag, 30. November, 22 Uhr. Das ist also über eine Woche. Das ist länger als das Sino-Event. Obwohl das Sino-Event, so leuchtende Perle und strahlender Diamant, was jetzt gerade läuft, finde ich, ist viel wichtiger. Da die Shinies mit den Mützen zu bekommen. Aber hast du nur zwei Tage Zeit für drei Stück. Und hier, wo es im Prinzip nichts Neues gibt, läuft das einfach mal acht Tage. Ist auf jeden Fall fair aufgeteilt. Ed Sheeran legt in Pokémon GO bald eine besondere Performance hin. Ab Montag, den 22. um 20 Uhr könnt ihr auch diese, könnt ihr euch diese über die Neuigkeiten im Spiel ansehen. Die Setlist enthält Songs von Ed Sheerans neuem Album und natürlich auch einige Klassiker. Hier seht ihr einen Auszug. Perfect, Bad Habits, Overpass, Graffiti, Singing Out Loud, First Simes und Shivers. Also wer jetzt kein Ed Sheeran-Fan ist, ja, den wird das wahrscheinlich letztlichst wenig interessieren. Geh da mal weg. Wer das feiert und auch Bock auf das neue Album hat, freut sich sicherlich, da schon mal reinzuhören. Wir haben Grund zu feiern, das betrifft jetzt also uns. Ed wählt immer das Wasser-Pokémon als Starter aus. Ich habe jetzt gestern aus Pflanzen Starter-Pokémon gewählt, weil ich da die Endentwicklung mit am coolsten finde. Ich wollte kein Empoleon, ich wollte ein was anderes. Wenn er ein neues Pokémon-Abenteuer beginnt, deshalb haben wir uns für diese Kollaboration ein Event rund um die Starter-Pokémon vom Typ Wasser ausgedacht, die es derzeit im Pokémon GO gibt. Event-Boni, macht täglich einen Schnappschuss. Eine Überraschung erwartet euch. Das ist bestimmt was, was ich wieder vergesse. Immer wenn das irgendwie mit Teil des Events ist, ist das genau das, was ich vergesse. Einen Schnappschuss zu machen. Seitdem ich die Goldmedaille da habe, oder Platin, oder ich weiß nicht, was es da als Höchstes gibt. Seitdem habe ich das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Selbst bei den Community Days vergesse ich das regelmäßig. Musik im Spiel von Montag, dem 22. November, wie ihr einer fragt nach dem Video noch, wann das losgeht. Bis Dienstag, den 30. November, wird jede Nacht Overpass-Graffiti in Pokémon GO gespielt. Ich hoffe, sie werfen aber nicht auch wieder Graffiti mit rein. Das hat beim letzten Mal schon die Leute genervt. Wilde Pokémon. Geil, oder? Die folgenden Pokémon erscheinen etwas häufiger in der Wildnis. Kanimani, Hydropi, Plinfa, Otaro. Alle natürlich als Shiny verfügbar. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Schicki mit Sonnenbrille, auch als Shiny verfügbar. Und Froxy, noch nicht als Shiny verfügbar. Also wirklich alle Wasserstarter. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht letztens irgendwo eine Max Out Monday Folge gemacht, wo ich alle Wasserstarter auf 50 gezogen habe? Wenn es nicht die Wasser waren, dann waren es die Feuer. Wenn es nicht die Feuer waren, dann waren es die Pflanzen. Wenn ich die Wasser noch nicht gemacht habe, könnte ich ja passend dazu am Montag alle Wasserstarter auf 50 ziehen. Und wenn ich die Wasser schon habe, kann ich einfach das Gegenstück, die Pflanzenstarter, alle auf 50 ziehen, dass ihr die damit bekämpfen könnt. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee für die Max Out Monday Folge. Pokémon bei Feldforschungsaufgaben. Pokémon mit, ja, für den Abschluss der Feldforschungsaufgaben, auch hier Schicki mit Sonnenbrille. Damals war es so beim C-Day, wenn an einem Stop die Aufgabe war, bla bla bla, und derjenige hat einen Shiny aus dem Stop bekommen, aus dieser Quest. Das Shiny war an diesen Stop gebunden. Man konnte sagen, hier, bei der alten Schere, habe ich einen Shiny aus der Quest bekommen. Und alle, die dorthin sind und haben sich dort die Quest von der alten Schere abgeholt, haben beim Abschließen auch einen Shiny rausbekommen. Und das waren ja die mit den Sonnenbrillen damals. Also anders als sonst, wo alles halt individuell ist. Diesmal wird das sicherlich nicht so sein. Ich fand es aber sehr interessant, dass sie das damals so gemacht haben. Neue Avatar-Artikel, Sticker und Boxen. Also ihr seht, hier ist auch ein Einlöse-Code. Den müsst ihr euch ganz besonders merken. Den müsste man vielleicht auch extra nochmal posten. Aber hier kriegt ihr dann so einen schönen Sweater. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr kriegt wieder neue Sticker mit dabei. Und eine kostenlose Box wird auch verfügbar sein mit einem Log-Modul. Das ist schon mal gut. 20 Poge-Bälle, 10 Himi-Bären und 10 Sanana-Bären. Bälle, ja, manche, die haben immer chronischen Ballmangel. Log-Modul sieht auch gut aus. Also finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Diesen Pullover, das eigene Log-Modul, dass man das Shiggy mit der Sonnenbrille wiederbekommt. Für mich ist da jetzt an sich eigentlich nichts dabei, außer halt noch ein paar XL-Sammeln. Aber ich glaube, bei den Wasserstartern hätte ich die sogar schon voll. Wie findet ihr die Kollaboration mit Ed Sheeran, a.k.a. Ed Sheeran Davis? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst mal eure Meinung dazu da. Und habt ihr schon ein Shiggy mit Sonnenbrille? Ihr wisst damals, ich habe das Shiny Shiggy mit Sonnenbrille aus der Feldforschung vom Stop bekommen als 100%iges. Und das ist das, was ich auch dann auf 50% gezogen habe und immer eine Mega-Entwicklung mache als Best Buddy. Also mehr geht einfach nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.